Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zu besprechen von Das Erste Omen, das Prequel zum Überraschung, Das Omen und das startet am 11. April in den deutschen Kinos. Ich bin Nesdu und ich habe heute zwei wunderbare Satansbraten an meiner Seite, zum einen den Zero, hallo Zero. Hallöchen. Und die Frau, die unter Garantie Minimum jetzt einmal erwähnen wird, dass sie ja selbst schon mal schwanger gewesen ist, die Schlöcke, hallo. Du bist nicht meine echte Mutter, pscht. Ja, das sind die Begrüßungen, die lieben wir hier am Tele-Stammtisch. Ihr Lieben, wir konnten Das Erste Omen sehen und ich war gespannt auf den Film, unter anderem auch, weil die liebe Schlöcke und ich schon mal über den ersten Teil geredet haben bei Schocker mit Schlöcke, das sei nur mit Cross-Promotion. Hört euch das an, Folge 2. Die vermutlich beste Folge Schocker mit Schlöcke, die wir jemals produziert haben, oder? Siehst du das anders? Ja, es ist zumindest die viertbeste Folge, die wir je produziert haben. Und hier auch ganz kurz erklärt die Cross-Promotion. Ich mag überhaupt keine Horrorfilme, aber werde von Stu gezwungen, sie anzuschauen. Und das ist die Thematik unseres Podcasts. Ja, sehr schön. Und wenn du keine Horrorfilme magst und nicht gerne schaust, warum bist du dann in das Erste Omen gegangen? Weil da hat dich jetzt wirklich keiner zugezwungen, liebe Schlöcke. Doch, guck mal, wie weit dein Zwang reicht, dass wenn dann nur noch so ein irgendwas verbunden ist mit den Filmen, die wir besprochen haben, fühle ich mich schon verpflichtet. Okay, Sanku ist Bibi, den muss ich auch gucken, muss alles sehen. Ja, deswegen. Okay, gut. Und ich brauchte auch noch Aussicht, darum musst du dir ja mitkommen. Stimmt, ihr wart ja zusammen im Kino. Ich weiß jetzt nicht, für wen mir das leid tut, für Schlocker oder für dich, Sero, aber meine Beileidern habe ich beide. Dankeschön. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ob uns das Erste Omen gefallen hat, das werden wir jetzt klären. Bevor wir das aber tun, müssen wir erstmal grob eine Sache erklären, nämlich worum geht es denn in diesem Film, dass wir sagten schon ein Prequel zu Das Erste Omen. Nochmal, nein, das Erste Omen ist das Prequel zum Ersten. Ist es kompliziert? Okay, nochmal, also das Erste Omen ist ja das Prequel zu The Omen von Richard Donner aus den 70er Jahren und die Schlocker kann uns jetzt mal kurz erklären, das Erste Omen, worum geht es eigentlich genau? Also da das ist deutlich, dass es ein Prequel ist, geht es eigentlich darum, wie, woher kommt denn Damien eigentlich, der ja in dem Original Das Omen das Kind des Teufels sein wird, sein ist, ist, Punkt. Und hier in Das Erste Omen verfolgen wir daher die Geschichte, die so ein bisschen uns erklären soll, wie Damien denn, wo dieses Baby denn so herkam. Und zwar wird uns das mit einer Geschichte erzählt von Margaret, ist eine amerikanische Nonne, die nach Rom geschickt wird, um dort in einem, ist das ein Kloster, glaube ich, ja, in einem Kloster den Schleier zu nehmen. Heißt das so auf Deutsch, wir haben ihn ja auf englisch im Original geguckt, Take the Veal, also quasi in den nächsten Rang einer Nonne aufzusteigen. Und in diesem Kloster trifft sie auf ein paar Dinge, die ihr irgendwie seltsam vorkommen, zum Beispiel vor allem ein junges Mädchen, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Wisst ihr das noch? Luz. Ach nee, Kalita. Kalita meinst du? Kalita, genau, irgendwie um dieses Mädchen, da schwingt schon gleich sowas mit und sie bringt auch, also die Margaret bringt auch ihre persönliche Geschichte mit, die sie irgendwie an Kalita dann so bindet und sie wird eine stärkere Beziehung zu diesem jungen Mädchen dann aufbauen und aber eben auch diese komischen Dinge, die dann in diesem Kloster passieren, so langsam wird sie da dahinter kommen und das ist dann die Geschichte dieses Films. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber als der Film angekündigt wurde, war meine erste Reaktion so, ach nö, ach nö, schon wieder sowas. Weil wir kennen das ja zur Genüge, dass man irgendwie ein Horror-Franchise wieder ausgräbt und versucht damit Kohle zu machen. Letztes Jahr war es ja bei der Exorzist so und ich meine mich erinnern zu können, dass die Werte Schlogger und ich beide mit dem Film Exorzist Bekenntnis nicht besonders viel anfangen konnten. Und ich meine, Schlogger, die keine Horrorfilme mag, fand den Film auch nicht gruselig und ganz ehrlich, Schlogger gruselt sich vor allem selbst von einem Lichtschalter. Das ist also wirklich katastrophal gescheitert, dieser Film. Und ich hatte wirklich Befürchtungen, dass das erste Omen ähnlich misslungen ist und ich sage es gleich vorweg, ich war erstaunt, wie gut der Film mir gefallen hat. Zero, wie waren denn im Vorfeld deine Erwartungen zu das erste Omen? Also fast deckungsgleich, weil auch ich hatte mir der Exorzist Bekenntnis angetan, was ein großer Fehler war im Nachhinein. Aber auch so andere Sachen wie die Halloween-Reihe, das ist ja alles immer nicht geil geworden. Ich habe aber zum Glück das Omen gar nicht mehr so im Hinterkopf gehabt, was mir danach noch Spaß gemacht hat, alles nachzugucken. Und ich muss auch sagen, der Film hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Gerade so Horrorfilme sind ja heutzutage immer ein bisschen lasch und langweilig. Aber der war schon sehr, sehr ansprechend. Schlogger, lass mal kurz den Blick jetzt vom Lichtschalter ab und sag mal bitte, wie es bei dir war. Ja, also dadurch, dass wir das Omen gerade präsent hatten, war ich natürlich ein bisschen neugierig, wie der Film das dann macht. Aber klar, Remakes, Premakes, was auch immer Makes, da denkt man immer, ja muss das denn sein? Wie unnötig? Ja, schlachtet doch alles aus, quetscht den letzten Cent aus irgendwas raus und verhindert auch nur irgendwas Neues zu erfinden. Und lasst uns auf der Nostalgie-Reihe reiten und keine Ahnung. Das finde ich natürlich auch immer total nervig. Exorzist zeigt auch, wie es eben im Schlechten geht. Du nimmst einfach die gleiche Geschichte wie beim Original, drehst alles ein bisschen höher und dass du noch weniger denken musst, so ungefähr. Und hier, Moment, du hast noch nicht gefragt, wie wir den fanden, sondern nur, wie unsere Erwartung war. Genau, hier ist es, ja? Kannst gerne auch sagen, wie du den fandest. Ich möchte dir hier keine Grenzen aufsetzen. Das hier ist ein freier Podcast für freie Bürger. Also tatsächlich, bei Horrorfilmen gucke ich vielleicht noch, ich bin ja kein Trailergucker, weil ich ja wirklich ganz unbefleckt in einen Film gehen möchte. Aber hier bei Horrorfilmen gucke ich dann doch rein, um zu schauen, ist das was, was ich aushalten kann? Kommt viel Body-Horror vor? Kommt irgendwas Schlimmes mit Kindern vor? Keine Ahnung. Und deswegen habe ich hier auch in den Trailer reingeguckt. Und da hat man ja schon gesehen, ja gut, es ist halbwegs was Eigenes, weil es eben die Vorgeschichte erzählt. Aber auch hier sehen wir schon den Nostalgie-Euter, der gemolken wird, weil man auch hier wieder eine Figur sieht, die irgendwo oben steht und runterspringt und sagt, das ist alles für dich. Und da war dann schon meine Sorge, okay, das ist auch nur so ein billiger Abklatsch, der sich keine großen eigenen Gedanken macht und einfach nur das von diesem Klassiker eben mitnehmen möchte, soweit das geht. Ich sage jetzt noch nicht, wie ich ihn fandet, da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Ja, also ich muss auch sagen, der Film hat schon so ein paar Sequenzen und Momente, wo man auch ganz deutlich sieht, die zielen halt das Original ab. Da werden halt ikonische Szenen aus dem ersten Omen, aus Anfang der 70er Jahre auch wirklich kopiert, ein bisschen abgeändert, aber im Prinzip sind es Kopien. Das sind diese sogenannten Member Berries, ihr kennt alle dieses Gift da aus Once Upon a Time in Hollywood mit DiCaprio, wo er da sitzt und dann so, ja, das hier, genau, wieder. So ist es halt auch bei das erste Omen. Ich finde aber, dass der Film einen guten Job macht, auch neue Aspekte einzufügen. Nicht unbedingt jetzt in der Handlung, weil das ist ein Kritikpunkt, den ich anbringen möchte jetzt hier. Ich finde die Handlung, wenn du ein, zwei Horrorfilme gesehen hast, dann weißt du relativ schnell, worauf es hinausläuft. Und es gibt so, ich würde sagen, im letzten Drittel auch einen Twist, den, ja, fand ich jetzt auch nicht besonders twisty, den habe ich auch relativ klar kommen sehen. Aber alles in allem war ich schon sehr, nicht begeistert, aber sehr zugetan, zum einen, wie der Film auf mich gewirkt hat und auch wie er ausgesehen hat. Und da kann ich etwas wiederholen, was ich bereits bei einem anderen Non-Horrorfilm gesagt habe, der jetzt am 4.4. gestartet ist, nämlich die Merculade. Der und das erste Omen, die sehen erstaunlich haptisch aus. Die sehen wirklich aus, als ob die, vermutlich wollen sie das auch, an Originalschauplätzen gedreht wurden. Das sieht nicht nach Studio aus, das sieht nicht nach CGI aus, das meiste zumindest nicht. Das sieht wirklich ordentlich handgemacht aus. Oder siehst du das anders, Ero? Nee, aber ich glaube auch, dass die halt auch selber da gedreht haben. Aber nochmal zu den Sachen, die sie wiederholt haben. Gerade bei den Kills ist mir dann im Nachhinein bei den anderen Filmen aufgefallen, die hat ja alles so ein bisschen verbunden. Aus dem ersten Teil ein bisschen was vom Kill, dann wieder vom zweiten. Das fand ich sogar ganz angenehm, weil irgendwie, die muss ja die Filme von später referieren. Weil das ganz Eigenes ist halt doof, dass es halt so eine große Reihe dazu schon gibt. Weil würde es das nicht geben, würden wir jetzt alle nur sagen, was ist ein schöner Non-Horrorfilm. Dass die Story halt relativ ähnlich ist. Ja, es ist halt eine Nonne, irgendwer wird schwanger, da gibt es nicht mehr viel zu holen. Aber gerade auch, wie du meintest, zum Setting 1A. Also gerade das alte Italien passt ja da immer super rein. Ja, und auch ich, was ich gerade meinte, dass der Nostalgie-Euter gemolken wird. Man muss ja schon sagen, obwohl hier du ein paar Sachen hast, die auf den ersten anspielen, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Also der erzählt jetzt nicht die gleiche Geschichte nach. Die Kills sind ganz anders. Es ist auch wenig mit, was ich so ein bisschen erwartet hatte, dass wir hier so ähnlich wie bei Das Omen haben wir teilweise so ein bisschen, Moment, wie heißt der Film nochmal, wo alle dem Tod entspringen? Final Destination. Final Destination eben, dass wir so langsame Kills haben, wo du eben nicht weißt, was passiert jetzt, wann passiert jetzt was. Und das macht der Film ja gar nicht. Also bis auf diese paar kleinen Momente fand ich ihm schon, war schon dann mehr was Eigenes als einfach nur ein Abklatsch von Das Omen. Und ja, diese Originalschauplätze, die fand ich auch toll. Und man hat auch direkt gesehen in der Inszenierung, dass die auch wertig ist. Also es waren irgendwie, die Kameraeinstellungen waren schön, die Fahrten waren schön. Okay, schön ist irgendwie kein schönes Wort jetzt hier. Also irgendwie schon als der Film anfing, dachte ich, oh, der ist aber gut gemacht. Das könnte hier ja was werden. So war mein erster Eindruck dann tatsächlich. Also der Film hat wirklich so eine, ich nenne es mal eine gewisse Wertigkeit, die ich ihm gar nicht zugetraut hätte. Auch und weil es ein Regie-Debüt ist, nämlich die Regisseurin Akasha Stevenson. Die hat davor halt Kurzfilme gemacht und ein paar Serien-Episoden. Aber ich finde, die hat sich damit wirklich bewiesen. Also für ein Regie-Debüt ist das wirklich ein richtig gut aussehender und funktioneller Film, der mir auch hier und da wirklich mal so ein Schauer über den Rücken gejagt hat. Und was sie auch ganz gut macht, die schafft es relativ gut, die Balance zu halten aus, ich sag mal, wirklich Schocks, also wirklich Szenen, die auch wirklich auf die eine oder andere Weise schockierend sind. Es gibt auch Body-Horror-Parts, die ich auch unangenehm fand. Aber auch so Momente, wo du immer nicht genau weißt, was kommt jetzt auf mich zu. Es gibt zum Beispiel eine Sequenz, die sehr lange ausgespielt wird. Und ja, es gibt in dem Film auch den einen oder anderen Jumpscare. Aber ich finde, der Weg zu diesem Jumpscare, der wird auch meistens immer sehr gut inszeniert. Also ich wiederhole mich, für ein Regie-Debüt, also Kudos. Ja, also vor allem, weil wir es vorhin hatten von hier Exorzist und ich, dass ich den nicht gruselig fand. Und hier bei dem Film jetzt, das erste Omen, also da gab es besonders eine lange Sequenz, wo die Hauptfigur Margaret in so einem Raum eingesperrt wird. Da muss ich wirklich, da habe ich wirklich gefühlt fünf Minuten lang weggeguckt und mir die Ohren zugehalten. Ich habe mich erinnert an ein bisschen so Boris the Freight oben auf dem Dach oben drauf, weil ich wirklich auch nichts hören wollte, weil ich auch Angst hatte, dass der Sound irgendwie gruselig wird. Bei dem Film irgendwie rückblickend hätte ich ruhig hingucken können. Aber hier bei das erste Omen, da baut sich so lange eine gruselige Szene auf. Das war so atmosphärisch, dass ich es wirklich gar nicht ausgehalten habe. Sogar mit geschlossenen Augen und Ohren, weil ich mir nur vorgestellt habe, was da passiert. Klar, wie du schon sagst, dann kommt am Ende trotzdem ein doofer, unvermeidbarer Jumpscare. Aber der Build-Up dahin, der war da schon richtig geil. Und auch am Ende war was, wo ich weggucken musste, weil es was mit Babys zu tun hat. Aber ich meine, da ist jetzt nichts großartiges passiert. Aber die Atmosphäre, die da war, war trotzdem auch sehr gut zu greifen. Und gerade die ganze, du meinst ja wahrscheinlich die Geburtsszene, die fand ich auch ganz, ganz schwierig zu gucken. Weil das sind so Body-Horror-Parts. Reiß einem den Kopf ab, das gucke ich mir gerne an. Aber sowas, wenn irgendwie ein Skalpell in die Nähe kommt, das geht ja gar nicht. Also da war ich auch... Du meinst die letzte, okay, es gibt ja zwei Geburtsszenen. Von ihr, von ihr meine ich. Von ihr, ja. Da muss ich leider, das war eine Kritik von mir. Weil wir haben ja, man sieht es im Trailer schon ein bisschen, es gibt ja eine Geburtsszene, die man während des Films sieht, die halt einfach in dem Kloster passiert, wo dann ein bisschen Grusel, die ein bisschen, sag ich schon, die gruselig sein soll. Und da, und jetzt muss ich das machen, was du schon von mir erwartet hast. Ich habe ja schon zwei Kinder geboren. Und diese Geburtsszene, da dachte ich tatsächlich, das ist doch nicht gruselig. Das ist doch eine ganz normale Geburt. Also die hat mich wirklich gar nicht gekickt, bis auf natürlich die Ende. Ja gut, also das Ende darfst du nicht außen vor lassen. Das Ende darf ich nicht außen vor lassen, da komme ich gleich. Aber bis dahin. Also wir haben Menschen, die während der Geburt wirklich sich völlig wir verhalten. Das kommt vor. Du kriegst halt mal Lachgas und dann lächelt man vielleicht auch manchmal so dämonisch. Das kann auch passieren. Es gibt völlig traumatische Erfahrungen, die Frauen bei der Geburt mitmachen, die bestimmt schlimmer sind als das, was man da sieht. Und was hier halt cool ist, deswegen gab es ja auch ein bisschen Stress, mit der FSK-Freigabe oder in Amerika. Da hatten wir drüber gesprochen. Genau, also es ist so, du hast die Regisseurin gesagt, dass es sie bei der MPAA, das ist also quasi die FSK der Vereinigten Staaten, um es mal abzukürzen, hat sie wohl fast anderthalb Jahre rumdiskutiert und rumgeschnitten an dieser Geburtsszene. Und ich habe das im Vorfeld halt gelesen, dachte, okay, dann haben sie vermutlich einiges rausgenommen. Aber ich muss sagen, du siehst schon wirklich einiges. Also ich bin es halt einfach nicht gewohnt in Filmen, dass man eine Vulva sieht oder eine Geburtsszene. Also ich habe schon viele Geburtsszenen, wie wir alle gesehen, aber es ist halt meistens so, du siehst halt, dass da eine Frau irgendwie liegt mit einem dicken Bauch und die schreit und dann siehst du hinten dann, dass der Arzt und die Hebamme rumfummelt und dann holen sie ein sauberes Baby dann aus ihr raus, ohne dass du wirklich was davon siehst. Und das ist hier anders. Ja, du siehst also wirklich eine Vulva und auch eine echt aussehende Vulva. Also da weiß ich tatsächlich nicht, wie das in echt aussieht, weil ich war am anderen Ende des Körpers. Also ich habe das noch nie in echt gesehen. Aber die, dass man das hier gesehen hat, das sah schon richtig geil aus. Und jetzt komme ich wieder zurück zu meiner Kritik und zu der anderen Geburtsszene. Ich hätte mir gewünscht, dass die andere Geburtsszene auch irgendwie so abläuft. Also das ist nichts mit, dass die auch, ich sage mal in 500 Anführungsstrichen, auch natürlich sei und nicht so, wie sie dann eben passiert. Das hätte mir besser gefallen. Ich muss auch sagen, dass die letzten 15 Minuten, die waren nicht schlecht, aber da hat der Film nicht auch ein bisschen verloren, weil zum einen, wenn du halt das Original kennst, dann weißt du schon im Groben, worauf es hinauslaufen wird. Also dir ist dann schon relativ klar, dass die Hauptfigur dann irgendwie jetzt nicht, was ich, Päpstin wird. Aber am Ende, finde ich, wirkt es auch ein bisschen zwanghaft, so nach dem Motto, wir müssen jetzt diese Verbindung kriegen zum Original und vor allem, wir müssen auch eine Hintertür offen lassen für ein etwaiges Sequel. Fand ich ein bisschen schade. Ich finde, das Ende hat mir nicht ganz so gemondet. Wie war es bei dir, Sero? Gerade, das ist ein Epilog, ne, am Ende immer. Ja. Gerade der Epilog fand ich auch schwierig, weil der hat, vor hat er mich wirklich gut gecached in den Szenen und dann hauen sie wirklich so was Sequel-lastiges raus, dass du auf jeden Fall dir die Tüntatür offen hältst. Da hätte man gut und gerne weglassen können und ja, also das Sequel könnte, glaube ich, jeder von uns relativ selber schreiben nach der Endszene, weil wir wissen ja schon, was kommt, weil meistens wird die Leute ja nochmal gejagt, wie in allen Teilen und das wird auch im Sequel wahrscheinlich passieren. Das gehe ich von aus definitiv kommen wird, weil ich glaube, der wird gut auch abräumen, weil der ja schon ordentlich Werbung kriegt. Wie hast du das Ende wahrgenommen, Schloggi? Ähm, erst mal, ist schon angekündigt, dass da was danach kommt? Nö, oder? Je nachdem, wie der hier halt läuft. Ne, ne, also er läuft, glaube ich, auch aktuell noch nicht in den Staaten an, aber das ist ein Horrorfilm, das heißt, er wird nicht so teuer gewesen sein und Horrorfilme laufen in der Regel auch immer recht gut, deswegen ist der, ist der grüne Stift, um ein Häkchen bei, ja, wir machen ein Sequel zu machen, bei den Filmstudios, beim Horrorbereich immer sehr locker. Also, es würde mich eher gesagt nicht wundern, wenn in zwei, drei Jahren The Second Omen dann kommt. The Second First Omen, okay. Genau. Part One, Kingdom of the Omen Gebärer. Keine Ahnung. Of the großen Omen. Jetzt bringen sie doch nicht auf dumme Ideen, Schlag. Also, wie fand ich denn das Ende? Ich fand das auch, also, ich muss ja sagen, ich bin ja in diesen Film reingegangen, weil ich endlich das Rätsel des Schakals geklärt haben wollte, weil in Das Omen wird ja gesagt, seine Mutter war ein Schakal und da, das wollte ich erklärt haben, weil das verstehe ich überhaupt gar nicht, mal abgesehen davon, dass ich es rein akustisch nicht verstanden habe bei Das Omen, warum ist die Mutter des Teufels, soll die ein Schakal sein und wie wird das jetzt hier in diesem Film erklärt? Es wird nicht großartig erklärt, es kommt aber ganz kurz etwas Schakalartiges vor, das hat mich dann ein bisschen gefreut, sodass ich dann nicht ganz frustriert war, aber es bringt einem quasi nichts, also es hat, meine Wissenslücke ist genauso groß wie vorher und das, der Rest vom Ende, ja, fand ich nicht gut, weil der passt nicht zu Das First Omen, der passt nicht zu, oh Gott, das mache ich auch schon, wie es du, der passt nicht zum Original Omen so ganz und es war einfach nur, um sich eben diese Hintertür offen zu halten und allein auch der letzte Satz, der im Film genannt wird, soll ich den sagen? Der ist jetzt kein Spoiler. Nee, ich muss auch sagen, ich verstehe auch nicht, warum dieser letzte Satz so inszeniert wurde, weil ich mir auch dachte, ja, das ist jetzt nicht so überraschend, das ist ungefähr so, als würde zu sagen, und dann bei der Formel 1 werden Autos im Kreis fahren. Genau, und dann, die Titanic geht unter. Nein, okay, also am Ende von Das First Omen haben wir so einen Cut to Black und dann hören wir nur, dass jemand sagt, sein Name ist Damien und das ist so, ja, okay, wir wissen, dass der Damien heißt, das ist doch, das ist, so heißt das Kind eben in dem Original Omen und warum kommt das jetzt? Das ist ja jetzt nichts Geiles, was irgendwie am Ende so eine krasse Überraschung ist und wenn es keine krasse Überraschung ist, ist es einfach nur wieder diese Nostalgiegeschichte, diese Member Berries und dann muss man sich wieder fragen, für wen ist dieser Film denn gemacht? Ist dieser Film gemacht für jemanden, der eben das Omen gesehen hat oder das Omen kennt und eben denkt, ich möchte so viele Anspülungen wie möglich sehen und ich möchte mich geil fühlen, weil ich die Anspülung erkenne, dann ist das aber keine subtile Anspülung, es ist nicht spannend und es ist, wenn der Film für Leute ist, die das Omen nicht gesehen haben und nicht wissen, dass der Damien heißt, was fangen die denn mit der Info an? Die fragen sich dann, hä, was soll das denn? Also ich finde es, vielleicht irgendwo im Film kann man es dann schon erwähnen, aber doch nicht als, als das krasse Ding, also krass. Es wird halt wirklich so als Reveal präsentiert. Ja, so als, boah, hä, ist gar nicht, boah. Wie du schon sagst, wenn du halt das Original Omen nicht kennst, dann ist es, da könntest du auch sagen, und sein Name ist Robert. Das würde nichts ändern. Ja, Harald, keine Ahnung. Harald oder so. Also das, das fand ich ein bisschen unpassend, aber es war halt nicht so, dass es den Film kaputt gemacht hat, es war nur so, es ist halt immer so, wie beim Dessert oder beim Essen im Restaurant. Wenn das Dessert nicht ganz so mithält mit dem Rest des Menüs, hattest du immer so einen Geschmäckler auf der Zunge. Trotz allem, erste Omen, ich muss wirklich sagen, ich habe halt wirklich nichts erwartet und die Erwartungen wurden nicht erfüllt, Gott sei Dank. Das ist ja wie, das ist ja wie jetzt, wir haben ja neulich auch Chantal im Märchenland besprochen und da hatten wir drei ja so ein ähnliches Fazit, oder? Ja, also das erste Omen würde ich jetzt gerne in Zukunft noch ein, zwei Mal gerne wiedersehen, weil Chantal im Märchenland reicht mir die eine Sichtung, wenn ich ehrlich bin und bei das erste Omen bin ich auch sehr neugierig, was vor allem die Regisseurin in Zukunft macht, weil ich der Frau ein gewisses Talent als einfach mal attestiere. Ich war wirklich sehr angetan von, wie sie den Film inszeniert hat und bei dem Regisseur von Chantal im Märchenland weiß ich glaube, jetzt schon, was er als nächstes dreht und es wird mir wahrscheinlich nicht gefallen. Ja, das ist nämlich Chantal im, keine Ahnung, Land. Chantal und das erste Omen kriegen wir von ihm. Ja. Ja, genau, das passt doch. Auf die Geburtsszene bin ich gespannt. Das passt ja zu Thema Emanzipation, Frauenpower und da mache ich einen kleinen Schlenker, nämlich auch zum Positiven. Ich mochte die Hauptdarsteller, die Schauspieler eigentlich alle sehr gerne. Also mir hat die von Mark wird gefallen, die, wie heißt sie, Nell Tiger irgendwas? Free. Der Name ist so großartig, Nell Tiger Free. Das ist, mit dem Namen musst du Schauspieler sein. Du musst Wrestler, Wrestler oder Schauspieler sein. Oder, ja, genau. Genau, die fand ich großartig. Ich fand auch die, die die Kleine gespielt hat, deren Name ich schon wieder vergessen habe, die fand ich super und hier, der den Pater spielt und auch die Stimme, Wahnsinn, fand ich alles ziemlich gut eingegangen. Ralph Inneson, ja, also Ralph Inneson, den besetzt man auch wirklich für die Stimme und da muss ich auch sagen, das fand ich auch ein bisschen schade, weil der spielt halt Vater Brennan und wenn du halt das Original Omen kennst, dann ist dir halt schon bewusst, wie das Schicksal von Brennan in diesem Teil sein wird. Das sind halt so Sachen, die für mich so ein bisschen Spannung rausnehmen, aber das ist jetzt auch ein bisschen Nitpicking. Ich gebe auch zu, also die Besetzung ist toll, Nell Tiger Free hat eine ganz, ganz tolle Präsenz, weil du mit ihr mitfieberst und aber auch, ich dachte auch manchmal so, oh die arme Frau, sie tat mir auch leid, weil sie auch immer so was, sie wirkt so, teilweise so schutzlos und dann hat sie aber auch so diese Art von, ich möchte sagen, dass sie über sich hinauswächst, das ist auch ganz toll gespielt und was ich dem Film auch geben muss, ich finde, der geht interessant mit Gewalt um. und der hat immer mal wieder so Gewaltspitzen, die ich auch unangenehm finde und wo zum Beispiel bei Immaculate ich das Gefühl hatte, dass die Gewalt jetzt einfach nur drin ist, einfach weil sie drin sein muss, ja, fürs Zielpublikum, sag ich mal, fand ich, dass die Akasha-Systeme sind, die Gewalt im ersten Omen wirklich richtig gut inszeniert hat. Es gab wirklich Momente, die jetzt explizit brutal waren, aber auf so eine Art und Weise, dass es mir wirklich so ein Schauer bei mir erzeugt hat und das passiert nicht oft, deswegen auch da Kudos an Frau Stevenson. Sieh, Rolf, wie hast du die Gewalt wahrgenommen im ersten Omen? Du bist doch so ein kleiner Goalhound, oder? Eigentlich ja, also die Gewalt fand ich gut, darum auch die erste Geburtsszene fand ich richtig schön, also da muss ich sagen, hat mir richtig gefallen in die Szene, wo man mal genau in, wie nenne ich denn das jetzt nicht, ins Tiefe des Bösen gucken konnte sozusagen, das war ganz nice. Auch die Kalita, die Schauspielerin, hat auch ihren Debütfilm da gemacht, das fand ich auch erstaunlich, also die war auch mal so ein bisschen zwischen, bin ich jetzt böse oder bin ich jetzt einfach nur so ein bisschen hilflos, weil mich alle so runter machen, das fand ich auch ganz stark. Ja, von der Frau Steiger-Free bin ich mal gespannt, was da kommt und Akasha Stevenson, ganz ehrlich, vom Jost, also ich hatte immer gesagt, keine Prequel zu Freddy Krüger oder sowas, aber wenn die das macht und auch genauso intelligent, wäre ich da auch ganz gespannt drauf. Auf jeden Fall sollte die in der Horrorecke bleiben. Ich weiß nicht, wie brutal es in den Szenen war, in denen ich weggeguckt habe. Stimmt, ich vergaß, da war ja was. Ja, genau. Und bei den anderen fand ich eher den Grusel gut durch die Inszenierung und die Atmosphäre. Also es war für mich dann gar nicht so brutal. Also wie gesagt, die Geburtsszene war für mich nicht brutal, weil ich weiß, wie eine echte Geburt abläuft irgendwie. Da habe ich mich dann ein bisschen, vielleicht war das auch nur meine Hilfe, um mich davon ein bisschen abzugrenzen. Dann, man sieht ja auch, diverse Leute sterben. Die eine war halt diese Reminiszenz an das Original-Omen. Das andere fand ich, da hatten wir es schon von Stu, fand ich ein bisschen albern, weil es war alles ultra vorhersehbar. Aber was mir eben gut gefallen hat, war, wie gesagt, nicht unbedingt die Gewalt, sondern diese gruseligen, atmosphärischen Szenen, wie ich sage mal, jemand zum Beispiel abgeleckt wird. Die Szene fand ich irgendwie sehr cool. Die war schön inszeniert, die Farben waren toll und auch, dass dann dieser Schnitt war von man sieht, was passiert und man sieht, wie es für andere aussieht. Also dieser Spiel mit was es war und was ist nur Vorstellung, fand ich da viel cooler als irgendwie jetzt eine explizite Gewaltdarstellung, wie es jetzt so was wie Immaculate, der meiner Ansicht nach ein viel billigerer Horror war, auch wenn es nicht unbedingt an der Inszenierung lag, sondern an der Darstellung, da fand ich hier First Omen schon viel besser gemacht. Also, was ich halt schön fand, dass er sich oft auch traut, absurd zu sein. Also ganz viele oder einige dieser Todessequenzen und so viele gibt es glaube ich gar nicht, sind halt wirklich, wenn man sie auf dem Papier aufschreibt, echt richtig absurd. Es gibt eine, Szene, wo ein Verkehrsunfall, sag ich mal, mit dafür zuständig ist, dass eine der Figuren stirbt und es ist, wenn du es beschreibst, auch total, eigentlich klingt es fast schon lustig, als kämpfst du vom Braindead oder so, aber ich fand diese Szene wirklich, die fand ich echt gruselig. Ne, die fand ich echt doof, die war so vorhersehbar von Anfang bis Ende, die hat mich richtig verärbt. Ja, aber das Vorhersehbare fand ich gar nicht so schlimm. Mir war auch klar, was da passiert jetzt, aber ich fand, wie es inszeniert wurde, das fand ich toll. Also das war die Todesszene, die mit mir am meisten angestellt hat, sag ich mal. Deswegen Kudos nochmal an Frau Stevenson und Kudos an alle, die da mitgemacht haben, denn das erste Omen ist für mich, glaube ich, die größte positive Überraschung, die ich bislang im Filmjahr 2024 hatte. Ist nicht alles perfekt, ist aber nicht notwendig, denn das ist ja ein Film und nicht der Tele-Stammtisch, wo immer alles perfekt ist. Wir sind gerade hier der beste Beweis dafür, sondern ein, wie ich finde, sehr, sehr guter Horrorfilm und damit habe ich quasi schon ein bisschen mein Fazit gezogen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt zu das erste Omen? Ich bin Fazit bereit. Ich bin bereit für alles. Sero, dann bitte fang du doch mal an. Wie ist dein Fazit zu das erste Omen? Ist halt ein sehr, sehr wunderbares Horror-Langfilm-Debüt von Frau Stevenson, das an einigen Momenten halt ein bisschen daran kränkelt, dass es halt die Original-Reihe gibt, mit der man dann doch ungern, also sehr gern vergleicht, aber trotzdem immer wieder einen eigenen Weg findet, der auch gerade in den Kills von wirklich gruselig bis der angesprochenen Szene von dir dann bei mir eher so ein Lächeln hingezaubert hat. Auf jeden Fall eine kleine Horror-Perle, die jetzt so in der ersten Jahreshälfte definitiv anschaubar im Kino ist. Dann dringel ich mich mal vor, weil Schlogger ist immer ein Highlight, deswegen, das wisst ihr, das Beste kommt zu bloß. Ich bin wie ein After, der am Ende kommt. So sehe ich mich dann her. Finde ich auch ein schönes Bild. Egal. Also das erste oben, ich sagte schon, ist für mich eine große positive Überraschung. Es funktioniert nicht alles. Der Film ist storytechnisch auch verdammt generisch und hat eigentlich im Prinzip wenig Überraschung zu bieten, aber das braucht er nicht unbedingt, denn die Inszenierung ist dafür echt top. Es ist ein Film, der lebt über seine Inszenierung und die ist wirklich gut. Deswegen von mir eine klare Empfehlung. Wenn ihr was mit Horrorfilmen anfangen könnt, dann bitte guckt euch den an. Der lohnt sich, der ist wirklich sehenswert. Von daher von mir aus eine ganz klare Empfehlung für das erste Omen. Und jetzt, darauf haben wir gewartet, Schloggers Fazit für das erste Omen. Bitte, Silencio, denn jetzt kommt das beste Fazit, was ihr jemals hören werdet. Bitte, Schlogger. Ich sehe es genauso wie es du. Ja, oder wie Servo auch. Genau, wie ihr beide. Also klar, storymäßig, pfff, aber die Inszenierung war echt toll. Schöne Atmosphäre, es sah schön aus. Ich ergänze noch, dass ich die Schauspieler toll fand, die hier sicher auch viel tragen. Übers Ende kann man gerne motzen, ist okay, aber der Film bis dahin war trotzdem gut. Mit zwei Stunden kann man vielleicht kritisieren, muss der so langsam, nö, muss er nicht. Aber das ist ja sowieso eine moderne Krankheit, aber ist auch eine Empfehlung von mir. Deswegen beste Kritik, bestes Fazit, ich sehe es einfach genau wie ihr beide. Ach wunderbar. Ich liebe es, wenn ein Podcast so in Harmonie und Einigkeit endet. Das ist wunderschön. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de und noch einmal kurz die Cross-Promo zu Schocker mit Schlocker Folge 2, wo die Werte Schlocker und ich über das Omen reden. Nicht über das erste Omen, sondern über das Omen. Also den ersten. Ich höre damit auf. Das bringt glaube ich nichts mehr. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss, dann sagt ihr Zero Tschüss und der Schlocker gebühren die letzten Worte. Tschüss. Ich lege mich wieder in meinen Sarg. Auf Wiedersehen. Ich hänge noch meine Werbung hintendran, weil ihr könnt ja einfach ausmachen, wenn ihr nicht mehr zuhören wollt. Schlocker ist der Künstlername. Ihr findet mich auch im Internet unter schlocker.de oder im Schlocker-Shop, denn ich bin Autorin und Comiczeichnerin, schreibe und zeichne leider nichts über Horror. Wer hätte es gedacht? Dafür aber auch was mit Kindern und da kommt sicher auch mal eine Geburt vor. Und wenn ich es schaffe, diesen Comic auch zu veröffentlichen, wird es auch einen Comic über die Vulva geben und wie die sich bei der Geburt so verändern. Den könnt ihr auf jeden Fall online lesen, zum Beispiel auf der schon erwähnten Webseite oder unter Social Media. Eigentlich überall, wo auch der Tele-Stammtisch ist. Alle Social Media, selbst wenn ihr eins erfindet, da sind wir auch. Und mich findet ihr unter dem Handel the englischer Artikel-Schlocker, also the Schlocker. Und jetzt nochmal zum Abschluss. Ich freue mich, dass ihr ein bisschen zugehört habt und bis zur nächsten Besprechung. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi Vielen Dank.